Hey Leute, dann sind wir wieder bei einer neuen Folge von Polo King, ja Otto Krieger, äh, die Drehs zu kondieren gerade über Otto Krieger. Wurscht, weil ich hab ein schönes Götzler vermischt. Davon abgesehen, ähm, ich bin's wieder, Herr General Brachfall, wir haben wieder unseren Englisch-Spezialisten, Martin, unseren Irgendwas-Spezialisten, sein Bruder, ähm, Eber, der neue, und... Der Rumbleman. Internet-Expert. Kapat! Dann kämpfen, ob wir es. Ja, altisiert. Ja Brandy, Subaru wird es nichts anderes geben, glaub ich. Doch schon. Weil das wieder von... Ah ja, und das Gute ist, das ist nicht mehr in Wiesn. Ja, das hab ich schon gehört. Wo ist denn? Das ist wie in einer Stadthalle, mitten im Sommer, unter der Woche, unter der Woche. Was? In der Halle? Unter der Woche. Wo, wo, wo tust du deine Camper? Ja, keine Ahnung. Irgendwo in Wien ist das... In der Ecke. In der Ecke, wo noch mal einer Puls. Mit dem Sniper, ja. Boah! Ist voll. Hast du den Damage gesehen? Hast du das Damage gemacht? Warte, hast du das nicht gesehen? Oh, der Summoner has reconnected. Easy. Engage! Okay. Jetzt engage! Ne, ich hab mich da... So, als du weißt, ganze Zeit mach ich hier hin. Gesser. Ich warte bis Level 6 und dann komm ich mit einer Fallartenüberraschung wieder rein ins Spiel. Ja. Irgendwie willst du aber keine XP kriegen. Wen interessiert's? Ja, du wirst dann Level 6. Ja, zu Fuß. Du wirst Level 6 zu Fuß. Ich engage! Und here with me be eyes! Scheiße, ich hab mein'n Power icon vergessen. Zigroll �! Ichydiaint pregnancy education Macht nach. Easy game! Ah, ich muss da mal weg. Ich hier hab mal jetzt aber enormständig, ne? Schon gewonnen. Aber es heisst, ich hab nur wirklich ledge attack.. Können wir nicht mehr verlieren? Unter Capper Jedi Da haben wir auch zu jedem anfangen sollen. So, wie du es losest, Ramos geben. Vor allem, vor allem. Du hast alles K.A.S.T. P.A.S.T. K.A.S.T. Ja, sag ich ja. K.A.S.T. Erstmal den ganzen P.A.S.T. Alle Schuile habe nur ich gemacht. Meine Güte ist das ein Skill-Champ. Ich habe auch einen Kill gekriegt. P.A.S.T. Ich weiß nicht, wie ich das geklappt habe. Ihr killt es alle nicht, ja? Ihr versteht das Spiel einfach nicht. Dafür hast du noch keinen Kill. Ja, aber hier ist du kein. Du musst mal den Power King. Hoppala. Was hat ihre Unschuld? Power King! Martin, ein Power King kriegt man mehr Power Drift nicht, wenn man es fängt. Was? Schasi, ich beat und sitze... Ich hab den Power King gemacht. Ich habe den Power King gemacht. Ich gestorben, ich habe den Mord gemacht. Ich habe den Power King gemacht. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Es ist schon wieder alles bei der Arbeit. Party Hard. Easy. Rotterkringer Party. Ja. Nein, ich habe den Power King gemacht. Kleine Sneaky. Der Martin ist glaube ich da. Und schon wieder alles dabei bei der Arbeit. Rotterkringer verkaufen es auf die ganzen Festivals. Weil du wisst warum. Weil du schmeckst... Weil ich jetzt irgendwo loswerden müssen. Weil ich jetzt irgendwo loswerden müssen. Haha. Ich wünsch, dass ich gleich drauf habe. Haha. Schmeckt genau, ich muss gleich. Naja, beim... Äh... Haben sie ein Power King gehabt? Nein! Die verliebt das auch noch. Da war alles Power King gehabt. Hallo. Wenn da jetzt wer reinkommt, ist er tot. Oder auch nicht. Ja. Oh. Oder bin getötet. Oder bin getötet. Oder bin getötet. Der größten Kill trotzdem gehabt. Oder der Brand. Oder der Max Kaste. Was war das eigentlich? Ich war halt der Brand in dem Kill. Was soll das? Haha. Das Spiel hat es verstanden. Da ist irgendwas falsch. Yeah, es ist genau richtig. Das Spiel. Oh. Oh mein Gott. Heißt es nicht. Möcht' ich jetzt nicht nur da waschen. Aber gut. Schau, die Gegner haben nochmal einen Power King. Schau dir das an. Na echt? Nicht. Na die Gegner haben nochmal einen Power King. Oh, das war das. Warum? Wie noch keinen Power King gehabt? Oder haben wir schon einen gehabt? Ja, haben wir schon einen. Ich hab die um so lebt. Ist geiler richtig zu den. Ja, ja Martin. Ah ja. Ah ja. Alle Brandy. Alle anderen. Warte. Fuck. Bencambe vorreden. Na ja. An alle Fans von General Brandy. Muss das sein Brandy. An alle Fans von General Brandy. Heute ist Silvester. Neujahr. Ich wollt's ja nur sagen. Wir sind schon lange. Wir sind ja schon im neuen Jahr. Das hast du ganz vergessen. Ja wirklich. Ich geh' ich. Das ist schon seit... Der... Der... Ich glaub ich nicht. Keine Ahnung. In... Tage. Kommt drauf an, ob man an dieser Zeit hat das zu schneiden. Hat das... Bis... Wenn das... Äh... Zwei Monate nachdem ich's... Äh... Also nach Silvester rauskommt. Dann wies's ja. Der Pisa war faul. Wenn das bald rausgebracht hat, dann war's... War nicht faul. Dann war brav. Ich brauche kurz. Ich weiß nicht ob mich ihn als Katze bezeichnen würdest. Du hast welche entstanden auf ihn, aber... Ich will mich nur als Katze bezeichnen. Ich weiß nicht mal wer Pisa ist. Der Bär tauern wohl. Piep 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 piep. Ja. Genau. Und back him! Also der Bär tauern. Ja der Bär tauern ist zur Pisa. Nein! Nein! Weg mit dem! Weg mit dem! Mein Elixier ist leer. Danke. So. Äh... Tüsch haben wir noch. Schuhe. Aber ich... Wir haben... Wir haben natürlich... Wir reden natürlich von keinem... Alkohol, ja. Wir reden die ganze Zeit nur von... Wasser. Ja. Also ich hab das Wasser von... Gößer lieber als das Wasser von Unterklingern. Unterklingern... Unterklingern... Wär nicht. Wir schmecken einfach nicht nach Wasser. Ein Punkt für... Hufflepuff. Haha. Hallo! Oh. Oh. Oh fuck. Brrrr. 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 NEN! Oh, der ist in Rennikon? Ja, du weißt! Oh, was ist denn los? Oh, was ist denn los? Oh, was ist denn los? Ja, das ist ganz wichtig, warum es so lange es gegeben hat. Ich war auch die letzten Tage krank. Ich mach die Gönnschen. Aber... Ah, geht doch weg. Da, Reilich! Meiner! Was ist denn los? Wir hatten sonst von euch alle gesehen, was passiert jetzt gerade ist. Sorry, nicht ich. Aber jeder! Komm da! Macht den Poro Kick! Ich hab' gechuked. Hä? Oh. Wann haben wir den Poro Kick? Kann ich den töten, der ist schon zusammen. Toll, wo waren deine Skillshots? Ah, ich hab' schon wieder nicht genug Skillshots. Oh, du hast Siss bekommen. Ja, ich hab' immer durften. Wann die hierher? Ja, warte. Komm, eins! Habe ich schon. Ich komme! I can leave, I can fly. Erstmal hier. I can leave! I believe! Freestyle! Damn it! Freestyle! Noch ein Poro King! Das ist halt der richtige Gangplank. Wie lange noch? Gell, es kommt noch ein Poro King! Oder Nookin! Das hat sich jetzt keiner erwartet. Warum hab ich schon so viele Stacks, Alter? Ich bin schon gut. Der Froh! Scheiß Karl, ja. Das ist super, Alter. Ich bin schon mal weg. Ich bin schon mal weg. Was kann's überhaupt? Warum geht keiner mit? Warte, du Kacklub! Du kannst ja auch noch weniger. Was ist das, du warte im Kacklub? Ich bin schissig. 6ix, 9. Ja, eben auch! Ich bin der Kacklub da. Der hat mir kein ESC. Der grösste Kacklub. Hey Brandy! Deine Fans lieben mich! Ohne Scheiße, das meine ich echt! Du hast wirklich schon gesagt, es ist noch kein Video bei mir draus! Ich liebe mich aber jetzt schon! Sie lieben dich! Sie lieben mich, ohne mich zu kennen! Was bedeutet? Das bedeutet einen Mix! Best Ulti! Du hast dich den Kill, so ist er erhofft! Loll, ist für euch auch gerade ein Poorer über die ganze Welt geflogen! So wirst du gerade quer ein Poorer von der Mitte! Ja, war das gerade ein Bug? War das jetzt nur ein Bug oder war es jetzt ein wirkliches Poorer? Da ist gerade ein Poorer bis zurück in unsere Base reingeflogen! Die schauen so scheiße aus, die Poores! Oh, ich würde gerne engage'n! Ich bin ab! Oh! Nice engage'n! Engage! Lauter Skilljams! OP! Yeah! Nein! Mein Poorer wollte keinen! Er hat gedacht, er kriegt mich! Ach! Oh, ich legte einfach 9-3! Ich glaube, ich spiel den dann im nächsten Gehen! Der ist ja übelst okay, wenn es das mit dir geht! Was? Ich esse einfach meine Brüte! Oh mein Gott, okay! Oh mein Gott okay! Oh mein, Gott okay! Ich hab glaub meine Früchte rechnen. Ein GIFT! Der Markt ist nicht fair. Was? Der Markt ist nicht fair. Checken es. Du redest so leise. Was ist das für dich? Ich verstehe, Martin. Hallo! Nein. Du bist so leise im CS, oder? Ja, dein Mikrofon. Dein Mikrofon! Sein Mikrofon wird schuldig, wenn du leise bist. Kappa. Die Steine sind Wahnsinn. Kappa. Kappa. Los geht. Darauf! Nein, noch nicht. Der hat sich die Schaden gefasst. Ich hätte erst in 20 Sekunden meinen Ulti ready. Bin jetzt ich. Am lauf der Soldat! Ich bin auch bereit. Lauf! Erst mit einem anderen. Toll, da waren gerade viele Paus. Fuhör zuschacke Rape. No, ich auch. Mein kill. Nein! Oh mein Gott! Ja, denk ich mal. Ich hab ja einen kill. Ich schwör, ob ich kühle. Ja, schwör! Nein! Nein! Schaaaaahhhh! Jetzt kommt. Deck-off! Scheiß! Da wehlt uns was! 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 Das wollte ich nicht! Warte, du win! Boah, alle vergiftet! Bis zum Tode! Vollgas! Totale Zerstörung! Danke! Der Klotz hat das Schwierigkeiten! Leute, wir haben die gerade 2 gegen 5 gefeiert dran! Ich hab keine Glanz! Ich hab ne Habe! Aber wie? Ich hab ne Haube auf! Ich hab keine Kratze! Warte, bist du depp und ich mach damage! Das würde ich jetzt nicht so klappen! Weil es ist Gangplank! Mein Main! Oh! Warte, die Phase ist so fliegen wie viel oder ich hab einen schon wieder! Blup! Totale Zerstörung! Der Luscher ist schlecht! Der Luscher ist schlecht! Boah! Nektar! Nicht so viele Powers auffangen! Ah, ne! Ah, ich hab getroffen, Wandy, du nütz! Nein, das ist so knapp! Und äh... Ohhhh! 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 Was ist das?! Ohhhh! Los, alle, Maxi, nah! Nein, schnell! Verreckt doch endlich, du Elendiger! Jese, gibt den Kaiser. Sag dir, den ganzen Painter-Keist? Ich hab einen Painter, ich hab Painter gemacht! Wenn der ein Painter. Ich weiß gar nicht, wenn du was dagegen sagen sollst, wenn du weißt so ein bisschen. Esst du? Eine nach andere! Ich paintee sie. Ich... Kommt der nächste. Weil der Pott da gerade raus. Vor Memore. Alter, saftige Heal-Pots, die ihr alle nicht braucht. Ja, ich brauch keinen. Oh, ich bin dichterweil. Ey, warum regt ihr zu? Schöööö, die neue Heal-Pots. Oh, noch eine Heal-Pots. Oh mein Gott. Er ist mit der Ulti geflogen gekommen. Also, Werf. Was ist da ein Werf? Ich hab sie vergiftet. Ja, ich bin nutzlos. Ich bin für den Arsch, ich bin nichts. Sie haben eindeutig Geist. Bist schon wieder so unfähig. Es ist auch ein Schneeball, da komm ich auch. Ja genau, ein Schneeball, wenn er auf cooldown ist. Das ist ein guter Job. Ja, aber du musst noch einen treffen. Danke für den Team, Martin. Trefft einen, einfach einen verdammten Schneeball. Treff ihn! Danke. Jetzt mal, wenn ich die Angst schriebe. Da braucht Motivation, der Junge. Deutsche Motivation. Die totale Motivation. Boah, das ist mit der Echo. Das war eine Schneeball. Boah, Paul. Ehrlich? Die zwei Kills von Jordan ist nötig. Warst du sicher zwei genommen? Ja, du hast zwei genommen. Ich hab nur einen gerückt. Du hast zwei genommen. Hahaha. Du hast mir so tät, so gut. F***. Wäre. Du hast immer alles bad IQs. Kapper. Wie viel damage? Ach, ich habe nicht. Check das. Check das. Banner. 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 Akk. Schon wieder alles. Hu. Jetzt ist mir Rhea. Aaaaaaaaaaaaaaah. Der Pooh. Nein, beinahe. Banner. Jaaaaah. Match. Lass! Der Poohr King muss überleben, die Schützchen. 18 Tauro. Das ist doch nicht beschützen. Ich vergifte eh schon wieder so. Hallo! Oh, bist du joint? Aaaaaaah. Ah, was? Ne, der Batryk. Na ja, der P-Hole. Hallo. Wir sind gerade an einer Porro-King-Aufnahme. Was? Sorry. NP. Ich kassel mich schon wieder alles. Ja, genau. Ich stehe in der Base und ich kassel mich. Schau doch, wenn ihr insisst. Schau doch, wenn ihr insisst. Schau doch, wenn ihr insisst. Dann sag mir, du hast mich kassel. 39 insisst. Ich habe 24. Du kassel dich auch nur. Nein. Ich mach die Geschichten. Ja. Und die Kassel mich auch noch. 24 Mal sogar. Ich sollte Gangplank öfter spielen auf der Toplink. Saftiger Healbot. Ah, Rache ist süß. Rache ist so süß. Du kannst mich nicht tanken. Toll. Nein. Tschüss. So. Ich glaube, dass ich den Tower schaffe. Ich glaube schon, dass ich den Tower schaffe. Nein. Den Yasuo schaffe ich aber nicht. Nein. Das sieht man. Du hast nur Kreis. Alleine schaffst du gar nichts. Pauli, ich hätte das nicht früher kommen können. Ja. Nein, du hast abgehaktet. Nein. Oh mein Gott. Das kommt davon, wenn ich nicht mit-moves. Du bist ja kein Kreiser. Entschuldigung, wir haben nicht so einen Kreis. Okay, ich habe so eine, die wir schon einen Rundenkreis haben. Der macht die auch nicht. Nein, der macht keinen Rundenkreis. Nein, der macht keinen Rundenkreis. Sei deine. Du bist aber auch ein Noob. Nein. Sagt der, der ganze Zeit keine ist? Ich glaube, ich gehe als nächstes Backdown. Das wird schlimm. But how? Warte, ich halte mit. Ich checke. Scheiße, jetzt ist der Inip respawn. Jetzt müssen wir den Inip zuerst fangen. Ja, ja. Wir machen's. Du lenkst den ab, bitte weg. Angriff. Ich fand da bei einem alten Gangplug. Oh, ich habe getroffen. Sehr schön. Elektro-Fress. Warte. Erstmal verzeiht. Ich habe gar nichts gedacht. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, Leute, ich bin zu low. AAAAAAAH! Ich lebe. Jezi. Ich will aber alles nur rein, Hermit. Elektro-Fress. Wir kommen. Alright. Aniquel-Nap. Tar-tas. Easy. Fuck yeah Bis zum nächsten Mal